hallo heute mal ein neues video das sollte eigentlich anders kommen aber ich hatte heute zeit ausnahmsweise mal dieses jahr die leider nicht so viel zeit für youtube videos überhaupt fürs elektronik hobby ist immer schön dass ich mal wieder zeit dafür hatte und zwar habe ich eine philips wie man eine philips master color cdmt 70 watt bei mir mal raus gekramt die ist neu hat 3000 kelvin farbtemperatur sprich warmweiß ich habe kein vorschalt gerät dafür deswegen habe ich mir mal eins selbst gebastelt das hat in den letzten versuchen letztes jahr und vorletztes jahr nicht beziehungsweise fast gar nicht geklappt jetzt hat es geklappt und das wollte ich euch gerne mal demonstrieren zünden wir die mal da ist sie auch schon die war ein bisschen warm sehr warm sagen wir mal und deswegen hat sie nicht so gut gezündet jetzt wechsel ich hier auf meine zweite spule um mehr strom zu erreichen ja jetzt brennt die langsam hoch und werden sie jetzt sich aufwärmt zeige ich mal was neues von mir das hier ist ein luxmeter ein ganz einfaches und das ist für die zukünftigen zukünftigen videos und damit kann ich jetzt die beleuchtungsstärke messen so beispielsweise jetzt hier das luxmeter ist ungefähr ganz grob 20 zentimeter entfernt ich habe jetzt gerade keinen doch da habe ich das zu messen lassen also ja 20 zentimeter haben wir und wir messen schon 8.000 lux da haben wir es 860 x 10 870 da sieht man wie die helligkeit ansteigt wenn die temperatur in den brenner ansteigt und die ganzen metalle und gase ihre betriebstemperatur erreichen also genau das gegenteil wie bei leds leds werden ja wieder dunkler wenn sie warm werden und diese entladungslampen gas entladungslampen werden halt heller deswegen kann man die auch nicht denn weil wenn du sie dem ist und die temperatur sinkt verändert sich die farbe die farbwiedergabe wird schlechter beziehungsweise dem kann man vielleicht 30 prozent oder so und wenn man darüber geht reicht die temperatur nicht mehr aus und das ganze bricht zusammen und sie wird mega dunkel das ganze ist jetzt natürlich richtig schön hell so auf einem meter haben wir ungefähr 2000 lux also das ist schon ordentlich dieses blaue leuchten das würde ich gerne von euch wissen was ihr der meine sei wo das herkommt ich weiß es nicht weil ob das glas irgendwie die strahlung umsetzt in blau oder so weil viel blau dürfte eigentlich nicht drin sein bei warm weiß auf jeden Fall sieht man das in echt auch wenn man die augen zusammen kneift ja was gibt es für zukünftige videos und zwar sind geplant reviews dafür ist auch das luxmeter und zwar wie reviews für oder von taschenlampen da möchte ich dann auch dann die leuchtstärke messen und ja da sind wir schon fast 1200 1200 ja mal 10 also 12.000 lux ja dann werde ich reviews machen und die werden auch definitiv kommen weil ich schon die lampen dafür hier habe und das sollte jetzt das einleitungsvideo sein und was viele von euch so richtig schön finden ist halt wenn die abgeschaltet werden und das machen wir jetzt mal versucht man die kamera ruhig zu halten so ein bisschen ran und dann schalte ich jetzt mal die leuchte ab leider flackert die so vielleicht kann mir jemand dabei helfen und sagen warum die so flackert oder warum nicht eher mal sagen warum oder wie ich das wegkriegen könnte vielleicht liegt es an meinem trafo ich habe gemerkt die sind verhalten sich wie eine diode also sind rein stromgesteuert kann man auf keinen fall spannungsgesteuert machen weil dann bricht der lichtbogen sofort ab und auf jeden fall flackert die halt vielleicht muss ich den inwiderstand von meinem trafo erhöhen ich habe hier schon 2,2 ohm widerstand und eine kleine drossel sprudel wobei ich nicht weiß ob ich das unbedingt brauche habe sie aber dazwischen gelassen schalten wir mal ab ja wir haben ein schön weiches war nach grün auf der kamera etwas heller als in der realität ich denke ich mal an der starken infrarot strahlung von der lampe ich hoffe das video hat euch gefallen das war jetzt ganz spontan gedreht ist nichts geschnitten das werde ich jetzt so hochladen ja meine normale beleuchtung hat ungefähr 50 lux wenn ich es nach oben richte ist also nicht viel oder 70 sogar wenn ich es direkt aufs licht aber so von oben ist ja ist nicht viel gegensatz zu 12.000 von dieser lampe beziehungsweise auf einem meter sind es dann 2000 schon ordentlich so ein ding ich finde die faszinierend die technik wie es funktioniert die lebensdauer von denen ist halt auch hoch was weiß gar nicht was jetzt hier angegeben ist das ist die verpackung ein uv block hat sie ich bin der meinung 10 12.000 10 bis 15.000 betriebsstunden haben die teile bei einem helligkeitsverlust glaube ich von 30 prozent ach hier steht sogar ca i größer als 80 ja ist auf jeden fall die einzige alternative zu led ich bin mal gespannt ob die led scheinwerfer ja ich werde ich schwer mitkriegen aber die ganze geschäfte stellen jetzt auf leds um und ja ich weiß nicht ob die so lange halten wollen muss man da gleich den ganzen scheinwerfer weg schmeißen na gut wird sich zeigen ich bin von den dingern begeistert leds sind natürlich auch geil und ich finde leds vor allem in taschenlampen gut und dann könnt ihr euch wie gesagt auf die neuen reviews freuen und ja bis demnächst